hallo das kommt zu einem kleinen weiteren ls17 infovideos fact sheet nummer 8 ist rausgekommen und hier haben wir einmal den new holland t5 das ist ein traktor kostet 110.000 euro nicht tages unterhalb von 135 euro pro tag 99 bis 117 ps nicht viel finde ich dann ganz kleiner traktor dann 40 kmh 165 liter tank frontlader täter engine wheels und standard narrow dann haben wir viken fenix 604 das ist ein z aber auch ganz 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 kleiner kostet 11.000 euro 30 euro pro tag 60 ps braucht das gute teil 19 kameras biet und hat eine arbeitsbreite von 6 meter ist halt für zum zettern von gras und so weiter gedacht von gras wollen jetzt gibt es noch ein kleines video dazu ist aber wirklich klein bin kurz weg bis gleich ja das war's auch schon zehn sekunden zehn sekunden lang ist das video naja in diesem sinne möchte ich mich aber auch schon verabschieden übrigens im wikern z da hier und den new holland t8 die zwei sachen in diesem sinne möchte mich verabschieden wenn es gefallen hat dann lasst einen daumen nach oben da schreibt mir das kommentar bis bald tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020